Revanitatlusse Hallo ihr Lieben! Heute machen wir Revanitatlusse. Das ist ein türkisches Dessert und das ist sehr lecker. Ich glaube, selbst wenn ihr gar nicht so viele Berührungspunkte habt mit der türkischen Küche, kann ja sein, Revanitatlusse kennt ihr bestimmt alle. Das sind diese Grießküchlein mit Zuckersirup. Und Zuckersirup ist natürlich auch immer ganz traditionell in der türkischen Küche. Und daher starten wir jetzt auch damit. Alle ganz genauen Mengenangaben stehen wie immer hier unten in der Infobox. Für den Zuckersirup brauchen wir natürlich Zucker und Wasser. Und das werden wir jetzt einfach einmal aufkochen lassen. Dann kommt noch ein Spritzer Zitronensaft dazu. Dann weitere 3min lang kochen lassen und dann ist der Zuckersirup quasi auch schon fertig und wir machen mit dem Teig weiter. So, für den Teig nehme ich jetzt zwar meine Küchenmaschine, weil die hat einfach mehr Power. Aber wenn ihr keine da habt, nehmt euer Handrollgerät und schlagt das Ganze einfach doppelt so lang. Weil wichtig ist, dass wir jetzt richtig viel Volumen in die Eier schlagen. Ich gebe die Eier jetzt hier direkt mit rein und Zucker auch schon mit dazugeben. Der Zucker hilft nämlich nochmal, das nochmal so ein bisschen fester hinzubekommen und das Volumen nochmal zu verstärken. Und mit der Maschine brauche ich jetzt so ungefähr 3min. So, das ist jetzt die Masse. Richtig schön hell geworden und super dick und cremig, genau so muss sie sein. Und da kommt jetzt das Öl dazu und auch schon der Joghurt. Ich habe 3,5%igen genommen, aber eigentlich könntet ihr auch wenn ihr zufällig 10%igen habt oder 1,5%igen, dann wäre das eigentlich auch kein Problem. Das rühre ich jetzt nur ganz kurz ein, also wirklich nur so 10 Sekunden. Und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. Da habe ich Mehl und Backpulver, das werde ich sieben und natürlich Grieß. Und beim Grieß habe ich hier Hartweizengrieß. Jetzt schnappt ihr euch eine Springform. Ich habe hier die 20cm Springform. Und da braucht ihr jetzt kein Backpapier, ihr müsst sie nicht einfetten. Die hat eine super Antihaftbeschichtung, vor allem weil ihr jetzt auch Fett im Teig habt. Wenn ihr jetzt so ganz trockene Teige habt, dann kann das sicher nicht schaden. Aber so brauchen wir es nicht. Der Teig wird jetzt auch noch schön glatt verstrichen und wird dann bei 180 Grad ober- und untergebacken. Ich verrate euch gleich die genaue Backzeit, streiche das wie gesagt erstmal glatt. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das wirklich sobald es aus dem Ofen kommt nicht abkühlen lasst, so wie ich es sonst immer sage, sondern in dem Fall kommt der Zuckersirup direkt nach dem Backen drauf. Der ist dann schon ein bisschen abgekühlt und der Grießkuchen ist heiß und dann kann das richtig schön durchziehen. Genau 30min hat es gedauert und danach, wie gesagt, direkt den Zuckersirup drauf geben. Ihr werdet merken, dass er erstmal gar nicht einsinkt und dann braucht es nur noch so ein paar Sekunden und dann saugt der Teig das quasi komplett auf. Hier habt ihr nun minimal, man sieht's kaum, minimal tritt was aus. Das ist ganz normal, aber dafür haben wir ja diese Auffangrille. Und ja, so lasst ihr das jetzt einfach auskühlen. Am besten richtig schön durchziehen, weil dann schmeckt er am besten. Ich gebe ihn jetzt für vier Stunden in den Kühlschrank, ihr könnt das Ganze auch am Vortag machen. Und dann schneide ich den. Ihr könnt entweder normale Kuchenstücke machen oder ihr macht so schöne Rauten draus, das mag ich ganz gerne. Ja, ansonsten werde ich mich an der Stelle von euch verabschieden. Macht es unbedingt nach und schreibt mir euer Feedback dann unbedingt hier unten in die Kommentare. Und abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr keine Rezepte verpassen möchtet. Das würde mich unterstützen und darüber würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Tschüss! Schönen, Tschüss! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.